Moin, so als nächstes waren gestern Substation auf der, nicht auf der Agenda, auf der Line-Up, im Line-Up, genau. Und da habe ich mir hier von Substation einen Turnbeutel gegönnt, Substation, steht drauf, nichts hinten, hier mit schönen Kordeln und nicht dieses komische, eklige, was man so zum Sport hat, sondern wirklich so Stoff, fühlt sich gut an. Und vor allen Dingen das Ganze, der Kollege hat gestern meine ganzen Sachen gecarried bis nach Hause, also die CDs von I'm Deceiver und das, was noch kommt, war alles da drin, meine Jacke. Hat auf jeden Fall sehr gut gehalten und meine Sachen sehr gut beschützt und getragen, also top. Top, Turmbeutel, genau. Ne, aber ist auf jeden Fall cooler Turmbeutel und ja, von hinten reingucken, ist halt ein normaler Turmbeutel, ne, das ist jetzt nicht die Weltneuheit, aber ist cool, ja.